Jetzt wird es aber wieder Zeit für Musik. Wir haben jetzt das steirisch-stürmische Trio am Start, besser gesagt der Andi, der Max und der Johnny, bekannt unter den Namen Sturm und Klang. Und die haben so die traditionelle Volksmusik verbunden mit bisschen Jazz und klassischer Musik, also echt was Schwarz. Musik 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 Sehr lässig die drei und die passen echt gut zu den Räumlichkeiten von dem Großmuseum Bernbach dazu.